Wenn ich jetzt sagen, dieses Kindere-Gitternetz, das ist auch modelliert worden vorher. Ne, ne, das macht der Automatisch. Also er nimmt sozusagen den Körper. Ich habe hier eingestellt, das Nähnmodell ist erstmal ein wasserdichtes Modell, heißt das. Das ist also eben voll, quasi. Ah ja. Das ist ein Wiederhol, oder sonst ist es einfach ein voller Körper. Ja, genau. Und ich habe jetzt eingestellt, dass er zwei Schichten und zwei Geräte sind.